Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Heute werden wir mit Russell seine Storyline abfrühstücken und damit ist er der letzte auf unserer Liste nach nur vier Parts. Also ich bin gespannt, ob das DLC, nachdem wir das abgefrühstückt haben, einfach aus ist oder ob es dann noch irgendwie weiter geht. Wir schauen auf jeden Fall und sehen uns jetzt mal den lieben Russell an, der scheinbar ein Student war, bevor das hier aufge... beziehungsweise das alles in den Arsch gegangen ist. Die Welt hat untergegangen. Und das scheint dazu sein, Russell, Tag 184. Also kurz bevor wir das mit Shell gespielt haben, inzwischen glaube ich der... die Reihenfolge war glaube ich Vince, Wyatt, dann Bonnie oder Russell und Shell war auf jeden Fall die letzte, weil ich weiß nicht, ob Bonnie Tag 140 oder Tag 190 war, aber auf jeden Fall Bonnie und Russell sind so circa in derselben Kategorie. Ah. Eine Leiche. Warum eigentlich nicht? Das heißt, er muss eigentlich erschossen worden sein, also... in... Ding... ins Gehirn. Äh, verste... na, verstecken auf jeden Fall. Oh, yuck. Oh, fucking gross, man. Alter, der schaut aber ein bisschen sehr aus wie... wie Dark... aus dem Hauptspiel. Ich sehe dich nach unten mit deinem Freund. Fuck. Ich will keine Probleme, bitte. Du willst einfach nur sein, mit deinem Freund da unten? Nein, einfach... bleib mir allein. Ich bin nicht egal, was du machst, was du findest. Ich war nicht... Was ist dein Name? Ich bin nicht egal, was du hast. Ah... Huh. So, du hast nicht das Bein. Huh. Ja, mit deinem Freund. Ich bin nicht egal, wer du hast, wenn du hast. Vielleicht bist du in einer Gang, der liebt, die Leute zu robben. Ich weiß nicht. Du bist in einer Crew? Du hast ein paar Jungen, die in hoodies, die ich mich beschäftigte? Ist das der Tracktyp aus Wyatt's Kampagne? Ich glaube, wenn wir den jetzt Nein gesagt hätten, hätten wir richtig Ärger bekommen. Weil ich glaube, der ist so einer, wir sollten lieber dem gut zureden. Ah, wie das denn? Das heißt, das war tatsächlich, das war tatsächlich Doug. Äh, nee, mir geht's, mir ist okay. Oh, shit. Ich hoffe, er hat mich nicht verärgert. Woher du kommst, zumindest? Wir müssen mit einer Kruppe sein. Kannst du eine Fahne zurück, woher du kommst? Vielleicht drückst du dich aus, mach ein Double-Back. Keine Fahne. Verdammt. Ich habe meine Frage reaktiviert. Es war eine Frau, die ich gefällt. Okay. Die Argument ist semantisch, Russ. Gib ein paar die Deets. Okay. Ich habe meine Familie da. Ich habe keine Familie da. Sie waren alle auf meine Eltern, in Statesboro. Da war ein Vater, der hatte eine Frau von mir. Ein Mann sagte, er war ein Fahne, aber niemand glaubte ihn. Er war ein Lehrer und seine Frau. Er war dieser Mann, Steve. Er war eine Frau. 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 Ich habe diese Frau verletzt, oder was? Dann bang! Er war tot. Er war tot. Auf jeden Fall, ich konnte das nicht so behandeln. Verständlich. Ich habe meine Beak geöffnet. Ich habe es hier. Warum musst du so sein? Wie? Sie sprechen immer von Frauen so. Frauen? Okay, ich kann mich auf deine Frage stellen. Weil... weil der Hunger ein Mann hat für eine Frau ist, ist alles, was wir haben jetzt. Keine Regeln, keine Jobs. Es gibt nichts, die uns Menschen machen. Aber sie haben noch keine Frauen. Whatever. Der ist wirklich sehr creepy. Oh, what the fuck? Das haben wir jetzt noch ganz sicher. Ich habe gesagt, das sind vollkommen wahnsinnige. Okay, sobald wir die Möglichkeit haben, erschießen wir ihn und nehmen seinen Stuff, weil der ist nicht ganz dicht. Der ist vollkommen wahnsinnig. Der redet nicht nur dämlich, sondern der ist auch vollkommen blem, blem. Oh, das ist wieder das Diner. Was wir schon bei Shell gesehen haben. Geil. Oh, ist das vorher oder nachher? Hier schaut noch alles ohne irgendwas aus, ohne Barrikaden und so. So, das heißt, es... Ja, das heißt, es müsste vorher sein. Äh... Oh, das war... Okay, das heißt, es war ziemlich wurscht, was wir gerade gesagt hätten. Oh, fuck. Get the fuck down, man! You don't wanna be there! Get to the truck! I'll cover you! Okay. Aber ich fangen wir doch in der Kugel her... Hast du jetzt Munition? Das ist gute Frage. Okay, keine Ahnung, wie du das machen willst, aber okay. Aber bitte nicht erschießen. Bitte nicht töten. Danke. Fuck you. Ganz ehrlich, du bist ein mieser Arsch. Äh... Stimmt. Äh... Von mir aus... Er macht mir Angst. Ich tu, was er sagt. Vielleicht sind das aber auch die Leute aus dem... Aus dem... Aus dem... Aus dem... Aus dem Truck hier... Aus dem... Auf! Das heißt... Easy. Jetzt wissen wir, wo er ist und wir können ihn verdammt holen. Okay. Ja. Vielleicht waren das gar nicht irgendwelche, die Typen von dem, den wir freigelassen haben, sondern die beiden jetzt, die den einen Typen erschossen haben. Nur so eine Idee, vielleicht ist so richtig. Okay. Das heißt, wir... Wo müssen wir denn hinbringen, dass wir dann gut in Deckung... Damit wir dann in Deckung... aufhören können und dorthin kommen. Das... wird nicht wirklich einfach werden. Okay. Wir sind im Arsch. Wir gehen zuerst, weil er kommt hier nicht weg. Und wir erschießen ihn, falls es uns keine Deckung gibt. Ne, er schießt, glaube ich. Sehr gut. Er schießt er. Er schießt. Das heißt, wenn die Option kommt, werde ich ihn trotzdem erschießen. Höh! Schön! Okay, jetzt kriegen wir hin. Können wir ihn erschießen? Ich mag ihn nicht. Shit. Okay, drei reichen. Jetzt was? Wir kommen da hin und wir sollten gut sein. Geh! Ich traue dem immer noch nicht, den Wichser. Der ist nicht koscher. Hat er uns jetzt angeschossen? Ich glaube nicht, oder? Gott. Ja, du bist verrückt. Aber danke. Aber du bist trotzdem verrückt. Mieser Planner. Ja. Aber ich glaube, hier ist jetzt noch keine, hier ist gar keine Gruppe. Oder ich hab, ich hab keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Mann, was machen wir? Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. F***er schreit uns! Russell, relax, Mann. Wenn das übernimmt, nehmen wir was wir können, gehen wir an deinen Grämmen und haben ein großes Hauskuchen mit mir. Okay? Okay. Das ist auf jeden Fall ein und derselbe da, ne? Einer von uns beiden wird da nicht gut wegkommen. Okay. Ne, ich glaube, ich hab nur den gesehen. Ich glaube, ich hab einen Mann gesehen. Oh, Scheiße. Ich bekomme ihn. 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 Dein Ziel. Sneaken. Langsam hin. Der schaut so ein bisschen aus wie Vernon. Um. Oh. Oh. Oww Shut up She can see who took her from me Mask? What's he talking about? Fuck if I know, he's crazy Have you been here before? Russell, don't you start You tried to kill us for no goddamn reason If anything we should take you out for that Please just get the fuck out of here Please leave us alone What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? Alter Ich hab doch gewusst, dass du vollkommen wahnsinnig wär'n I'm done That's it, man I don't know you and I don't want to Can't you take a fucking joke? Fuck your jokes, I'm sorry, I'm out Come on Can we still be friends? No Ich mein, der ist nicht ganz dicht Das war irgendwie klar, aber trotzdem Der ist nicht ganz dicht Der... Sag ich nur, der... Hat sie nicht alle Freunde wie diese, genau Oh, und jetzt sind wir erstmal... Tag 400 Nice Aber ich würd sagen, was an Tag 400 passiert Oder wobei... hm... Keine Ahnung, ne, die Folge ist erst 15, 16 Minuten lang Ah, schauen wir noch mal weiter Schauen wir noch mal, vielleicht geht's nicht mehr allzu lang Wir waren richtig, es gibt auch hier Still alive? Oh, sie werden glücklich, um zu rescuern Also wie viele haben wir gesprochen? Mindestens fünf Oder? Ich glaube Um fünf Ich glaube Ich glaube Sie haben eine Note Also zumindest wissen wir, dass sie gefunden wollen Und ich kann Schmuck in der Distance Wahrscheinlich ein Schmuck Ich werde versuchen, heute Abend zu Kontakt zu machen Great Wohl, just be careful Und use your best judgment Wir bilden eine gute Community hier Und wir wollen es so halten Natürlich Natürlich Interessant Das heißt, es sind doch alle Alle haben sich jetzt hier in der Nähe versammelt Weil so bei Shell und Russell, die waren ja hier schon in der Nähe Aber Bonnie, was mit Bonnie, Wyatt und gerade Vince ist, weil der hat Das ist ja inzwischen Und Evie hier Holy shit Good job Everything okay? So far so good I'm gonna try to talk to him Wish me luck Yeah, good luck Be careful Don't try to force him into anything Just get as many of them as you can We should probably split up in the two You got it Hey Don't try to Don't fucking move Who the fuck are you? My name is Tavia How did you find us? Und das sind alle Ja, wir finden die Ja, die Zettel, ich glaube Das ist am besten I found your note I'm a scout for a growing settlement up north We go out and look for survivors to rescue them We have food, clean water, and shelter for everyone We're offering you a chance to help us out and start over God, this sounds too good to be true, but I think it is Bonnie, get real Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does If I didn't trust people, I'd be dead I know that for sure People can care about you if you let them Like Leland cared when he let you run off alone That's enough, Becca Guys, look If I learned one thing from Danny It's that we have to stick together and protect ourselves What? That guy was an asshole You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us Why? Don't worry about it Yeah, screw this We don't know what kind of people we're dealing with The only reason I'm with you guys is because Vince saved my life Look, we need people, plain and simple You folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever But I don't want to be out here in the open after dark So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way Hopefully, at least some of you will follow me Well, I'm going Maybe we should go too, sis If Roman is still looking for us, he wouldn't be able to do anything to us there There's no way that guy is still looking for you We've been to that truck stop, there's no one left Roman's not a problem It's following her that'll get you killed Look, I know it's a risk, but what else is there? If you guys are going, then so are we I don't like this guys, we should just walk away I don't trust her Of course you don't wrestle, you don't trust anyone What will it take to convince you? I don't know Russell, come on Oh, come on guys I mean, we left those photos so that someone could find us, didn't we? Well, it could be a trap What if they want to kill us? Thank you Everyone out there is batshit crazy We've all seen it Well, we turned out all right, didn't we? Relatively speaking If we wanted to kill you, you'd be dead already I had a gun and snuck right up Well, what's stopping you? Exactly, nothing Look, I know you guys are wary And you have every right to be You don't know me from a hole in the ground And yeah, there are some crazy fuckers out there All I'm here to do is make an offer You can come with me, or you can stay here The choice is yours So, who wants to come with me? Oh, come on I hope I have right to play and all of them come with Or can I decide now? Ah, win's not, okay Okay Okay, shell kommt, dass das Bäcker wird wahrscheinlich auch kommen Hoffentlich Ja, sehr gut I'm, I'm just not sure We've been out here for so long And seen so much bullshit I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell Hope is all we've got left But being smart, that's what's keeping us alive It's a safe place for everyone Criminal activity isn't tolerated within our walls, period You don't have to worry about bandits, or walkers, or anyone else We look out for each other We understand I think we've all made up our minds Well, I guess we have our group What do you want to do with these? This is a good thing I know it is Okay, wer kommt jetzt definitiv mit? How do we know, this will work out? Hmm You don't I think, to him to be honest, is good Hoffentlich Okay Oh, das lassen die jetzt als Cliffhanger Offene Fragen Oh, und jetzt auch Statistik Danny oder Justin, wessen Fuß hast du abgeschossen? Ja, 70% haben Justins Fuß abgeschossen Schmieriger Finanzbetrüger, sage ich nur Und ich sehe schon Bis auf eine Sache habe ich Äh, habe ich scheinbar in der Mehrheit gehandelt Bleiben oder gehen Ach, das ist von jedem Charakter eins Also von Vince, da haben wir den Fuß von Justin abgeschossen Bleiben oder gehen, bist du im Auto geblieben oder ausgestiegen? Oh, das ist wahrscheinlich bei, ähm Bei, 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 bei Way Nein, nicht Wayland Was? Nein, bei Wyatt Genau, nicht Wayland Äh, äh Äh, 50% sind ausgestiegen Ja, wahrscheinlich hat Die Hälfte hat wahrscheinlich bei, äh, Schergestein Papier verloren Und die andere Hälfte nicht Wie das halt bei einem Glücksspiel so ist Nate verlassen Ähm, du und 75% haben Nate verlassen Ja, der Typ war ein vollkommener Psychopath Ich meine, ganz ehrlich, mit Russell da jetzt vor ein paar Minuten erst Der war ja nicht ganz dicht Lügner Hast du Leland mit Bonnie, war das glaube ich, angelogen? Du und 25% der Spieler haben nicht gelogen Das heißt wirklich, 75% haben gesagt, dass, dass, dass einer von den anderen war und nicht wir selber Okay, ich kann's verstehen, aber, wir haben ja auch gehört, vor, gerade eben, dass Leland dann abgehauen ist Okay Stephanie getötet, hast du sie dort gelassen oder getötet? Ja 75% Der, äh, sind einfach weggefahren Ja, sie zu töten, das Ja, ne, da fand, das fand ich nicht so präkling in meinen Augen Gut, gibt's hier sonst noch was? Ah Oh, das heißt, Bonnie und Shell sind mit Tavia gegangen Okay, so heißt die Und Wieland Wieland schon wieder Wyatt, Russell und Vince Ich weiß nicht Ich glaube, um Wyatt zu mitgehen, zu bewegen, hätte ich wahrscheinlich Entweder den Typen liegen lassen sollen Als ich ihm geholfen habe Oder ich hätte schaffen müssen, dass der andere geht Dass Russell, ich hab keine Ahnung Ich wollte wirklich nicht mit Nate da zusammen die beiden umbringen Ich hab keine Ahnung Vielleicht, wenn ich am Anfang gesagt hätte Ja, ne, ich möchte gar nicht mit dir mitgehen mehr Und Vince, ich glaube Ich hab keine Ahnung, was ich mit Vince hätte anders machen sollen Oder vielleicht Konnte man es auch Bei den dreien nur irgendwie anders machen Wo ich, ich weiß es halt nicht Sorry, ich bin keine Komplettlösung Falls ihr das wissen wollt, schaut in eine rein Das war unsere, beziehungsweise meine Ich hoffe, euch hat's gefallen Und natürlich geht's dann auch nächste Woche direkt mit Staffel 2 von The Walking Dead los Ich glaube, jetzt kommen hier nur mehr die Credits Ja, 400 Days Ja, dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Und ich lass den Abspann jetzt noch kurz laufen Ich denke mal, der wird nicht allzu lang sein Weil, war ja auch ein relativ kurzer, kleiner Zwischenblick Muss ich allerdings sagen Dafür, dass das Hauptspiel 19 Euro kostet Und das hier 5 Euro War das doch ein bisschen kurz Also es war gerade mal so lang Wie die kürzeste Episode der ersten Staffel Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bei Staffel 2 von The Walking Dead Ich hoffe, ihr schaut's dann wieder vorbei Und bis dahin sage ich Tschüss Leute Ich bin jetzt auf jeden Fall Und das war ja auch bei der another Ich hab die Kürzestein Ich bin jetzt schon wieder Ich bin jetzt auf jeden Fall Ich bin jetzt hier Ich bin jetzt ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020